was machst du denn warum nicht und jetzt schon auf der falschen seite wie kommst du wieder zurück ja und bis dahin hättest du am besten alle gehabt auf der linken seite du kommst nicht mehr zurück ne komm ich wohl wie denn jetzt kommt zum beispiel wieder nach grün dafür muss ich das machen bestimmt ist das perfekt ja schein der dreh andersrum ist recht ins rote rein oder ist zwar nicht perfekt aber es ist besser als nix naja erstmal geht es hier ums schaffen fast geschenkt naja es war aber eigentlich leichter als das andere es ist alle hüte gefunden jetzt will ich nur legendärischer rüstung elementalkraft cool jetzt haben ja ich hab so ein person ja ich hab so ein polizei und ich finde ich so dass ich es muss das war ein nächstes haus die hausern die stadt zieht sich einschlüsse weiter ab dr was soll das jetzt für etwas gehört was vor also okay ich habe auch schon mal von anderen gehört die menschen die glitter vor der geburt der die geboren neulspuppe alter hast du nur glück gehabt warum das war geplant er hat doch meine stufe gesehen wir müssen erst die fischerplätten sogar schlüssel 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 die brücke ja schlüssel vor warum erscheint nicht kombo kombo das einer jetzt nicht mehr kann jeder das benutzen okay der richtigen wir jetzt einfach nur schon sie wie sie wie was machst du da wieder hin für die boxen ja ich weiß nicht wie du mich getroffen hast aber los ok warum kann sich das bewegen ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot Bank ja ich bin glaube ich auch gleich tot weil hab ich jetzt drauf geachtet wir müssen auf jeden fall darauf machen dass das ding keine wo ist noch genug leben äh genug leben meine ich ja das doch ich habe mit bouncer funktioniert ganz gut sieg alle monster j der 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 war jetzt aber nicht schlechter aber diese battlegrounds lieben sehr ne ja ich ich irgendwie hat sich das nicht gelohnt ich glaube dass er gibt ähm das sieht aus wie ein boss das grüne zimmer dreh mal jetzt kommen wir nicht mehr zurück ne doch kommen wir wohl ja ja nein ich möchte nicht ich auch nicht aber kommt trotzdem er ruft alle jumpies und wenn wir ihn aufhalten wollen wechselt er in andere welt aber auch du kannst wechseln vielleicht kann ich dir aufhalten vielleicht kann ich dir auch helfen nein wow warte mal wir haben jetzt die zeit gewächst ne wofür ist dieses hochspringen das ergibt keinen sinn nein ne ja okay die tür soll jetzt zu ne ne nicht mehr ja dann komm wir wollen ja irgendwann mal fertig werden mit dem leise das zieht sich echt wie kaugelien ne das ding macht keinen sinn dieses hüpfkissen nein nicht mehr so ein bisschen wollen wir ha 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 da sieht das nämlich aus es macht kleine jumpies und es zockt ganz schön viel und es verfolgt mich und es macht dich richtig fällig ja weil es mich verfolgt ja ich bin der jumpy magier und du bist kein jumpy also mag ich dich nicht ok ich auch nicht ich sehe ob du meiner bösen magie ausweichen kannst oh nein oh nein weiche aus weiche aus weiche aus nein oh nein und nein die sind blau die heilen uns sammle die blauen an ähm ja das können knapp dann auch Ja. Beide direkt wieder. Da, 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 da. Verwaltet ihr uns jetzt in den Scho... Boah, das wird zu zweit richtig scheiße. Wie? Du drückst. Okay, ich drücke. Weil, das meine ich nämlich, weil wenn wir beide drücken, dann wechselt der direkt wieder hin und her. Äh, okay, wir müssen... Ja, okay, die können. Wechsel. 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 Wechsel! Oh, das ist richtig schwer, wenn man auf 2 achten muss. Wechsel. 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 Ich muss ja warten, sonst sind die anderen Roten noch bei uns. Boah, Alter, das ist echt Brainfuckers gerade gewesen, ey. Dann würde ich bitte einfach klatschen, ich hab keine Lust mehr. Das sieht so beschickst aus. Wir müssen auf jeden Fall die kleinen Chompies besiegen, bevor der dieses Saugen macht. Das 100 pro... Warte mal. Dann sind das nur die einfachen Chompies. Achtung! Komm her, komm, hol zu mir, komm her, ne, ne. Und go. Ach so, das ist der Tipp. Was? Dabei müssen wir jetzt noch das 4 erlegen. Pass auf, Sisi, pass auf! Oh, mit Specki! Ja, guck, dann heilt er sich nämlich, wenn er die Chompies 1 zieht. Na ja, komm, 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 komm zu mir, komm zu mir. Okay, okay, okay. Wir folgen einfach dem Blauen hier, komm. Ja, okay, dann halt nicht. Ich drücke immer den falschen Knopf. Oh, pass auf! Wir kommen, irgendwas kommt vom Himmel her. Das ist echt cool. Ja. Alter, das sieht voll strange aus. Ja, das sieht cool aus, aber zu zweit ist das, ey, noch schwerer als alle jene. Einfach nur die Chompies erstmal nur klatschen. Stirb. Und zieht er nicht ein, nur seine Freunde. Und zieht er auch ein, aber nicht so viel. Boah. Der, 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 der. Äh, ja. Aber wir noch rechts gehen. Ja, müssen wir. Und jetzt wechseln. Warte noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ja, ich weiß, aber... Los. Und... Wechsel! Und wechseln. Ich sehe mich ein bisschen an, ähm... Ähm... Nein, und nicht wechseln. Nicht wechseln, komm hier durch. jetzt mich ein bisschen an kindsköpfe wo die der einen frau auf den hintern glotzen geschafft alter das war mal ein epic dinge da sitzen die chompies auf der tisch bereits das gesehen ich freue mich schon darauf wenn wir da hier den legendären schatz suchen müssen und den speedrun alter wackelt das unten gerade wir machen eine kaputt ist ja fast wie die mongolen und die schlesen ja das haben wir geschafft das haben wir nicht geschafft alle er hat zwei gebiete halt ja da war der legendäre schatz uns fehlen aber zwei gebiete ja das ist komisch aber keine kiste und kein hut mehr wahrscheinlich das eine gebiet zwei dinge und wie viel war jetzt speedrun die zeit 11 minuten wir haben 20 gebraucht selbst auch viel rumgeprobiert ja stimmt aber selbst im speedrun zieht sich dieses level wie ja lass uns erst mal gucken ja wir machen jetzt wieder einen break naja da wird es wieder über eine stunde oh warum warum müssen wir aus jedem kaff ein mitnehmen was nein nein das gleiche da habe ich das habe ich gerade auch gedacht nein das war mit der nächsten folge von skalern das oder nein ich bin bohr ich bin bonbon ja dann einer von zwei muss jetzt reinfallen kanonendeck halte die chips invasion auf schaffe wie wir wollen die 8 aus so langs schießen jugo ist doch gar nicht da ich treffe ich jetzt ich habe keine ahnung was sehen wir jetzt gleich recht geld oder so müssen auf jeden fall 15 von 20 können sie mir kein genug nicht genug geld geben richtig der könig der stiche 20 nein nein beide direkt was sagt mir jetzt ich würde sagen ich würde sagen wir mal einen break oder ich wollte mal gucken wie cool das ist ja wollte ich auch mal gucken wir haben aber nicht mal einen neuen legendären alles klar so meine lieben freunde danke fürs zusehen und 4 kreiseln jetzt noch ein bisschen um den abschluss zu begünstigen hau da rein und tschuho tschau